Hallo zusammen, Thomas hier. Wie ihr unschwer habt erkennen können, geht es heute um ein Objektiv und zwar um ein neues Objektiv. Es geht heute um das neue Objektiv der Firma Tamron und zwar für das Fuji X-Bayonet mit einem brennweiten Bereich, ist ein Zoom-Objektiv von 11 auf 20 mm, bezogen auf Vollformat 16,5 auf 30 mm. Das Objektiv hat mir Tamron Deutschland leihweise zum Testen, damit ich euch das vorstellen kann, zur Verfügung gestellt. Das geht in den nächsten Tagen dann wieder zurück. Und nach Angabe von Tamron handelt es sich bei diesem Objektiv um ein Vorserienmodell, sodass man vielleicht das eine oder andere noch nicht so übermäßig auf die Goldwaage legen sollte. Bin gespannt, ob mir Tamron dann auch das finale Modell zur Verfügung stellt. Und dann können wir durchaus mal vergleichen, hat sich denn noch etwas im Idealfall zum Besseren gewendet. Und ganz wichtig, meine Tests für Fuji Objektive finden ausschließlich an den neuen 40 Megapixel Sensoren statt. Denn es ist aus heutiger Sicht ziemlich sinnfrei, Objektiv-Tests zu machen für die alten Sensoren. 24, 16 meinetwegen, oder auch die 26 Megapixel Sensoren bis zur X-D4. Denn die neuen 40 Megapixel Sensoren in der X-D5 und X-H2 sind der neue Maßstab. Schon seit einem guten halben Jahr der neue Maßstab auch für das Fuji X-Bayonet. Wir gucken uns heute an einmal, wie sieht es aus mit der Handhabung und mit der Verarbeitung. So ein paar grundlegende technische Aspekte. Natürlich gucken wir uns an die Schärfeleistung und wie sieht es aus mit der Vignetierung. Wir gucken uns ganz kurz an, wie sieht es aus mit chromatischen Aberrationen. Treten die auf? Treten sie nicht auf? Wenn sie auftreten, wie treten sie auf? Wie sieht es aus mit dem Bokeh? Zumal das Objektiv ja auch jetzt von Tamron beworben werden wird mit dieser Naheinstellgrenze von 15 mm. Das heißt, man kann unheimlich nah an ein Objekt ran und kann natürlich dann insbesondere bei 20 mm und der Offenblende von 2.8 kann man sehr, sehr schön freistellen. Wir gucken uns natürlich an den Preis, wenngleich der noch gar nicht offiziell ist und insbesondere Abwand ist objektiv verfügbar und selbstverständlich das Fazit. Ist es eine Empfehlung wert oder nicht? Mit dem Tamron 11 auf 20 mm Weitwinkelzoom ist es Tamron gelungen, ein sehr kleines, ein sehr leichtes und auch ein dementsprechend sehr kompaktes Weitwinkelzoom auf den Markt zu bringen. Das hat man, ich sage mal, durch einen gewissen Trick erreicht, indem man nämlich den Weitwinkelbereich so eng gewählt hat, dass am Ende es möglich war, ein so leichtes, kleines und kompaktes Objektiv zu bauen, zumal bei einer Anfangsblende von 2.8. Der Blendenbereich fängt an bei 2.8 und hört auf bei 16. Wenn wir nämlich das Ganze vergleichen mit dem Fuji 8 auf 16 Weitwinkelzoom, dem Weitwinkelzoom-Flagschiff von Fuji, sehen wir, da gibt es einen gewissen Größenunterschied und der macht sich natürlich auch im Gewicht letztendlich bemerkbar. Hat natürlich damit zu tun, dass wir bei dem Objektiv eine Anfangsblende, nein, eine Anfangsbrennweite von 8 mm haben, bezogen auf Vollformat, also 12 mm und jeder, der gerne Weitwinkelfotografie macht, weiß, das ist richtig, richtig weit. Damit kann man extrem auch mit Perspektiven spielen. Das haben wir in dem Fall bei dem Objektiv nicht. Das Objektiv fängt an, bezogen auf Vollformat 11 entspricht 16,5 mm. Ich runde mal grob oder großzügig auf, auf 17 mm und hört dann bezogen auf Vollformat bei 30 mm auf. Wir haben also im Prinzip hier ein 17 auf 30 mm Weitwinkelzoom. Hier haben wir eins, das fängt schon bei 12 mm bezogen auf Vollformat an und hört dann allerdings schon bei 24 mm Vollformat auf. In jedem Fall ist das ein sehr schönes, kleines, leichtes Objektiv und es müssen ja sicherlich auch nicht immer extreme Weitwinkelperspektiven sein. Mag nicht jeder, muss nicht jeder haben und dann ist das zumindest auch von der Größe und vom Gewicht erstmal ein sehr schönes, angenehmes Objektiv. Insbesondere auch, weil es sich sehr nah anlehnt an den Weitwinkelbereich des anderen Fuji Objektivs, das ich euch jetzt nicht mehr zeigen kann. Ich hatte das mal, ich habe das inzwischen verkauft, nämlich dem 10 auf 24 mm mit der Anfangsblende von 4. Das Objektiv ist nach Angabe von Tamron Spritzwasser geschützt, hat unter anderem dann auch sichtbar diese Gummilippe, die sich hier um den Bayonettrand zieht, hat einen oder soll haben einen sehr schnellen RXD-Schrittmotor und hat eine Innenfokussierung, will sagen, wenn ihr den Blendenring dreht, wenn ihr also fokussiert, verändert sich der Tubus nicht, wird nicht aus oder wird nicht eingefahren. Der Tubus wird natürlich ein bisschen verändert, wie das bei den meisten Weitwinkelsummeobjektiven der Fall ist, bei dem beispielsweise nicht, wird der Tubus ausgefahren, wenn man in die 11 mm Stellung will und wenn man in die 20 mm Stellung geht, wird das Ganze wieder eingefahren. Aber ihr seht, der Weg ist auch aufgrund des relativ engen Brennweitenbereiches nicht allzu groß. Wenn ihr beispielsweise auch damit filmen wollt, habt ihr beispielsweise beim Gimbal keine Art so großes Problem, weil das Gewicht nicht wirklich nennenswert verlagert wird. Ich habe mir das genauer angeguckt und danach würde ich sagen, ist das Objektiv sogar, und das ist definitiv ein Qualitätsmerkmal, Parfokal und Focus Breathing habe ich auch nicht feststellen können. Parfokal heißt, ihr setzt den Fokus, setzt die Schärfeebene und könnt dann die Brennweite verändern, also ihr könnt zoomen mit dem Objektiv und die Schärfeebene verändert sich nicht. Das ist insbesondere für diejenigen von euch, die mit solchen Objektiven filmen wollen, sehr, sehr angenehm, dass sich nämlich dann beim Verändern der Brennweite, beim reinzoomen in eine Szene oder beim rauszoomen, der Fokus genau da bleibt, wo ihr ihn gesetzt habt. Focus Breathing kann auftreten, tritt durchaus häufiger, gerade bei Zoom-Objektiven auch auf, aber nicht nur da, wenn man also den Fokus sehr stark verlagert, dass sich unter Umständen auch der dargestellte Bildausschnitt ein wenig verändert. Das habe ich hier bei dem Objektiv auch nicht beobachten können. Und was dem Objektiv fehlt, das sollte auf jeden Fall noch erwähnt werden, ist ein Blendenring. Den hat man weggelassen, finde ich aber nicht allzu schlimm. Auch bei anderen Kameraherstellern geht man immer mehr dazu über, weil man dann die Blende schlicht und ergreifend hier am Gehäuse der Kamera verändern kann. Und was haben wir noch? Ja, vorab, bevor wir jetzt auf die Qualitätstests kommen, ich muss euch bei diesem Review, muss ich euch ein paar Dinge schuldig bleiben. Und zwar einmal die genaue Messung der Autofokusgeschwindigkeit, denn mein Videorecorder, mit dem ich dann das Videosignal bzw. das Bild meiner Kamera aufnehmen kann, um dann zu gucken, wie viele Frames und damit dann am Ende auch wie viele Bruchteile oder wie viele Sekunden braucht das Objektiv und von einem zum nächsten Punkt zu fokussieren. Der ist momentan noch in Reparatur und dementsprechend kann ich das Videobild der Kamera nicht aufzeichnen und dann dementsprechend muss ich euch diesen Teil des Tests schuldig bleiben. Ich sagte aber ja, ist eben ein Vorserienmodell. Vielleicht, wie gesagt, habe ich ja die Gelegenheit, dann das finale Modell nochmal zu testen und dann werde ich dann auch meinen Videorecorder wieder haben und dann können wir das auch nochmal uns genauer angucken. Und zwei ergänzende Dinge muss ich euch diesmal auch schuldig bleiben. Einmal, wie sieht es aus mit Lensflares und wie sieht es aus mit dem Sonnenstern. Mir ist das Objektiv erst Ende letzter Woche zur Verfügung gestellt worden, sodass ich jetzt angesichts der Witterungsbedingungen keine Möglichkeit hatte, zu Sonnenzeiten rauszugehen mit dem Objektiv und dann mal in die Sonne zu fotografieren oder auch zu versuchen, Lensflares zu machen. Also ich hatte ein ganz, ganz kurzes Sonnenfenster. Gestern, da habe ich es mal ganz schnell probiert, hat aber für Aufnahmen nicht mehr gereicht. Danach kann ich nur allgemein sagen, Sonnenstern ab Blender 8, schön, angenehm, symmetrisch ausgeprägt und Lensflares wollten mir überhaupt nicht gelingen. Ich würde sagen, die Oberflächenvergütung, die Beschichtung des Objektiv scheint also wirklich sehr gut zu sein, dass man also fast keine optischen Fehler durch den Stand der Sonne und je nachdem, wie man das Objektiv hält, sehen kann. Also auch von daher durchaus eher ein Qualitätsmerkmal. Bevor wir uns mit den technischen Eigenschaften des Objektivs beschäftigen, noch ein paar Worte zum Versuchsaufbau. Ich habe alle Fotos in gleicher Weise normal geschärft, das könnt ihr hier sehen. Ansonsten habe ich bei den weiteren Einstellungen nichts verändert und bei den Objektivkorrekturen habe ich, wie ich das grundsätzlich bei allen Fotos machen lasse, bei allen RAW Fotos, habe ich automatisch die chromatischen Aberrationen entfernen lassen von Lightroom und sofern verfügbar die Profilkorrekturen aktivieren lassen. Und tatsächlich, obwohl das Objektiv noch gar nicht auf dem Markt ist, gibt es ein Objektivprofil genau für dieses Objektiv. Wenngleich da steht Fujifilm, sollte eigentlich Tamron stehen, ist aber am Ende auch egal. Fakt ist auf jeden Fall, dass da einiges korrigiert wird, denn wenn man die Profilkorrektur rausnehmen, dann seht ihr, dass wir eine schöne tonnenförmige Verzeichnung haben und die wird rausgezogen. Und was wir auch sehen, das könnt ihr vor allen Dingen hier links sehr schön sehen, ist, dass wir durchaus auch, zumindest jetzt hier bei Offenblende, eine gut ausgeprägte Vignetierung haben. Und auch die wird weitestgehend eliminiert. Und das gilt dann für alle Fotos, die wir uns jetzt angucken. Wir fangen mal an mit Brennweite 11, mit der weitesten Einstellung, mit der weitesten Brennweite, die das Objektiv zu bieten hat. Und da sind wir dann auch bei Offenblende, Blende 11. Und dann schauen wir uns das mal an. Normalerweise in der Mitte ist so ein Objektiv eigentlich unproblematisch, kann gute Schärfeleistung bringen, so wie das hier der Fall ist. Das Entscheidende sind immer die Ecken. Wie gut ist so ein Objektiv in der Lage, die Ecken scharf darzustellen? Und wir können hier sehen, dass das eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Wir haben so jetzt den Bereich, das entspricht so in etwa dieser Ecke bei Offenblende. Und wenn wir uns jetzt die Ecke oben links angucken, haben wir das eigentlich in ähnlicher Weise. Dann haben wir auch so diesen Bereich. Das ist natürlich eine klassische Schwäche von einmal Zoom-Objektiven, insbesondere auch Weitwinkel-Zoom-Objektiven, dass die am kurzen Ende stärker ausgeprägte Unschärfen in den Ecken haben, insbesondere bei Offenblende. Das Schöne ist, das wird besser. Wenn wir uns jetzt einfach mal angucken, wir machen mal einen Sprung. Da unten ist F4.0. Wir machen mal einen Sprung zu F5.6, also zu Blende 5.6. Dann haben wir links Blende 2.8 bei 11 Millimetern, rechts Blende 5.6 bei 11 Millimetern. Und auch da gehen wir mal nach oben rechts in die Ecke. Dann seht ihr schon, das wird schon um einiges besser. Wenn es hier noch ein bisschen unscharf ist, ist es hier schon eher knackiger. Und auch der Bereich wird allmählich besser. Und je weiter wir nach oben gehen, gucken wir uns Blende 8 an, wird das nicht schlechter, sondern immer besser. Was bei dem Objektiv auffällt, auch nicht ungewöhnlich, dass wir ab einer gewissen Blende wieder eine Abnahme der Gesamtschärfeleistung haben. Und das ist, da das Objektiv ja bei Blende 16 aufhört, in dem Fall schon bei Blende 11. Und wenn Blende 2.8 im Vergleich zu Blende, fangen wir mal an mit 16, dann wird es sehr augenfällig. Gucken uns das also an. Wir haben links haben wir Blende 2.8, rechts haben wir Blende 16, in beiden Fällen unverändert 11 Millimeter. Und klicken wir wirklich mal in die Mitte und dann seht ihr, dass die Aufnahme rechts wirklich, obwohl sie geschärft ist, genau wie die hier unscharf ist. Ist nichts Ungewöhnliches, in dem Fall aber schon bei Blende 16 und auch schon bei Blende 11. Wenn wir uns jetzt das im Vergleich angucken, das ist Blende 11, das ist Blende 2.8. Und wenn wir uns jetzt mal Blende 8 dazu angucken, dann sehen wir jetzt auch natürlich eine Veränderung der Schärfeleistung. Ich will also sagen, bei dem Objektiv sollte man sehr vorsichtig sein mit Blende 11 und allen weiteren Blenden bis Blende 16, wenn man wirklich einen Wert auf die maximale Schärfeleistung auch der Aufnahme legt. Gucken wir uns im Vergleich bei Brennweite 11, 2.8, gucken wir uns an, da unten, gucken wir uns an das Ganze bei Offenblende, Brennweite 11 Millimeter zu knapp 14 Millimeter. Also ich habe das immer auf die, auf dem Tubus angegebenen Brennweiteneinstellung genommen, hundertprozentig trifft man es meistens nicht, ist aber jetzt auch nicht das entscheidende Kriterium. Und da können wir gleich mit den Ecken anfangen, denn die Schärfeleistung des Objektivs wird nicht schlechter, je weiter wir ans lange Ende des Objektivs kommen. Und wir sehen bei Offenblende, Blende 2.8, dass bei 14 Millimetern, das können wir mal wegnehmen, das brauchen wir jetzt nicht, dass bei 14 Millimetern schon sich die Schärfeleistung auch in den Ecken deutlich verbessert. Und das wird natürlich bei den weiter geschlossenen Blenden umso besser. Gehen wir abschließend zum langen Ende des Objektivs, auch da nochmal bei Blende 2.8, da muss ich gucken, das müsste hier sein, da, dann nehmen wir das da weg. Nächstes Mal bei 18 Millimetern, dann haben wir hier die 20 Millimeter mit Offenblende, gehen wir auch da nochmal raus, sind wir natürlich deutlich näher dran und dann gucken uns die Ecke da oben an, bei Blende 2.8 mit 11 Millimeter und dann sehen wir, dass hier in der Ecke, so, hier in der Ecke eigentlich fast keine Unschärfe mehr zu sehen ist. Und wenn wir uns das Ganze in der anderen Ecke angucken, ist das sehr ähnlich. Da haben wir hier noch ein bisschen Unschärfe, während wir hier so fast den gesamten, na, fast den gesamten Bereich haben und das verliert sich hier sehr schnell. In Summe können wir also sagen, dass mit Ausnahme von der Brennweite, der Anfangsbrennweite von 11, wo wir am Anfang etwas deutlicher sichtbare Unschärfen in den Ecken haben, bei den weiteren Brennweiten eigentlich keine nennenswerten Probleme mit Ransch-Unschärfen in den Ecken haben. Zur Beurteilung der chromatischen Aberration brauchen wir uns gar nicht alle Fotos angucken, denn wir haben nur sichtbare chromatische Aberrationen bei der weitesten Brennweite, bei Brennweite 11 und auch da, wenn überhaupt am ausgeprägtesten, bei Offenblende. Und wenn wir da jetzt mal mit 100% reingehen, dann gehen wir aber auch nochmal hier rechts drauf, auf die Entwicklungseinstellungen und dann nehme ich mal die chromatischen Aberrationen oder die Korrektur der chromatischen Aberrationen, die Lightroom automatisch angewendet hat, raus. Und dann sehen wir, da wird es grün, da wird es Magenta. Es ist vergleichsweise moderat, aber wir haben hier überall, so in diesen Randbereichen, uns das hier angucken, das ist also jetzt der Bereich, den wir hier oben sehen. Wahrscheinlich hätten wir hier oben auch welche. Also hier können wir welche sehen. Hier ist es so ein bisschen gelblich-grünlich und hier auch. Hier ist es ein ganz klein bisschen Magenta. Ich will also sagen, so der gesamte Bereich hier oben links, der ist also durchaus von chromatischen Aberrationen betroffen, die aber doch sehr stark zurückgedrängt werden, sobald wir von Lightroom die Aberrationen, die chromatischen Aberrationen entfernen lassen. Nur so ganz am Rand hier geht es nicht hundertprozentig weg. Wenn wir uns das Foto aber in Gänze so angucken, ist das mit Sicherheit für die meisten Fälle nicht unbedingt ein Problem. Und in den anderen Bereichen habe ich gar keine, zumindest bei der Szene hier unter den gegebenen Umständen, keine chromatischen Aberrationen gefunden. Die chromatischen Aberrationen verlieren sich auch, so wie wir es gerade bei den Rondenschärfen bei Brennweite 11 gesehen haben, verlieren sich auch, gucken wir uns auch das vergleichend an, bei den höheren Blenden. Und wenn wir jetzt da reingehen, dann sind die Säume nach meinem Verständnis weitestgehend weg. Wird also immer besser kontrolliert. Und wie gerade angesprochen, bei allen anderen Brennweiten, die ich getestet habe, habe ich bei dieser Szene keine chromatischen Aberrationen finden können. Ein Weitwinkelsoom ist sicherlich nicht unbedingt das Objektiv, mit dem man klassischerweise freistellt. Doch durch die sehr kurze Naheinstellgrenze von 15 cm kann man das durchaus machen, wenn man ein Objekt hat, was natürlich mit ausreichend Platz zu seinem Hintergrund steht, so wie ich das hier mit der Pusteblume gemacht habe, die vor einem kleinen Baumbestand auf der Zeche Zollverein steht. Und wenn wir uns das einfach mal vergleichend angucken, dann haben wir hier unten die Aufnahme mit 20 mm. Natürlich geht es am langen Ende deutlich besser als am kürzeren Ende mit den 11 mm. Aber wenn wir uns das mal vergleichend angucken, dann haben wir jetzt beide mit Offenblende 2.8, 11 mm, links 20 mm. Dann sehen wir, wie gut die Freistellung zumindest am langen Ende schon funktioniert. Und insbesondere, dass das Bokeh schön weich und nicht unruhig ist. Es gibt Objektive, da wird das Ganze hier sehr unruhig. Da hat man irgendwie noch den Eindruck, dass man Strukturen sehen kann. Das wird hier sehr schön weich aufgelöst. Und auch die Zerstreuungskreise. Da, wo wir in der Szene jedenfalls welche sehen, sind sie fast bis an den Rund, sogar nahezu kreisrund. Nur ganz am äußersten Rand wird das Ganze ein bisschen katzenförmig. Hier ist es rund, da ist es rund. Also auch das vom Bokeh her durchaus für einen Weitwinkelzoom eigentlich eine sehr angenehme Leistung. Was soll das neue Tamron Weitwinkelzoom kosten und wann wird es verfügbar sein? Nach Auskunft von Tamron Deutschland soll das Objektiv ab dem 30. Mai, ab Ende diesen Monats, auf den Markt kommen und zumindest schon mal bezahlt und gekauft werden können. Und was den Preis angeht, liegen mir noch keine Informationen vor. Allerdings gibt es ja schon seit etwa anderthalb Jahren ein gleichartiges Objektiv für das Sony E-Bajonet. Und das Objektiv ist wahrscheinlich eine Anpassung des Sony Objektives. Und das Sony Objektiv, also konstruktionsbedingt, gibt es da keine wesentlichen Unterschiede. Da habe ich bei Tamron nachgefragt. Und das Sony Objektiv kostet 799 Euro, sodass wir davon ausgehen können, dass auch das für das Fuji 10 auf 24 Millimeter mit Anfangsblende 4.0 kostet. Das liegt nämlich zumindest nach Listenpreis bei 999, also 200 Euro mehr, allerdings mit einem etwas breiteren Brennweitenbereich. Aber wie schon angesprochen, das natürlich müsst ihr selber entscheiden, ob euch der Brennweitenbereich bei dem Tamron Objektiv, ob der euch ausreicht. Kommen wir zum Fazit. Mit dem neuen Objektiv, dem Tamron 11 auf 20 Millimeter mit Anfangsblende 2.8, ist Tamron ein sehr leichtes, sehr kleines, sehr kompaktes Weitwinkelzoom gelungen. Das Objektiv schwächelt am kurzen Ende bei 11 Millimeter, insbesondere dann, wenn es um die Ecken geht. Da haben wir relativ große Bereiche, die in den Ecken unscharf sind. Das nivelliert sich dann aber sehr schnell in den anderen Blendenbereichen. Und dann haben wir eine relativ gute, nahezu durchgehende, gleichmäßige optische Leistung über die restlichen Brennweiten und auch bei den entsprechenden Blenden. Das Objektiv hat einen etwas engeren Brennweitenbereich, als das die beiden Fuji Pendants haben. Aber da, wie schon angesprochen, ist natürlich, wisst ihr natürlich ganz genau, was ihr braucht, ob euch die 16,5, 17 Millimeter respektive als Anfangsbrennweite reichen. Und wie schon gesagt, optisch, und das ist ganz wichtig, da muss ich ja heute jedes Objektiv messen lassen, wenn es für das Fuji X-Bionet auf den Markt kommt. Es ist in der Lage, auch den 40 Megapixel-Sensor in ausreichendem Maße zu bedienen, sodass man da keine Angst haben muss, falls ihr vielleicht noch mit einer X-T3 oder X-T4 derzeit fotografiert und euch das Objektiv kaufen solltet und dann vielleicht später auf eine X-T5, X-H2 oder vielleicht eine weitergehende Kamera, die dann irgendwann in den nächsten Jahren noch auf den Markt kommen wird, umsteigen wollt, dass ihr dann im Prinzip mit dem Objektiv keine vernünftigen, optisch keine vernünftigen Bilder mehr oder technisch keine vernünftigen Bilder mehr machen könnt. Da braucht ihr keine Angst haben. Damit seid ihr auf jeden Fall zukunftssicher. Und trotz des engeren Brennweitenbereichs ist es durchaus eine Alternative, eine mögliche Alternative, auch angesichts des Preises zu dem Fuji Weitwinkelzoom 10 auf 24 mm mit Anfeinsbände 4.